Willkommen bei ProfiSchnack.de Heute habe ich was ganz ganz Besonderes zu sehen und zwar eine Garnitur der Firma Himmola und die Garnitur heißt 4620 ist aus der Serie Easy Comfort bestehend aus einer Winkelkombination hier dreiteilig, teilelektrisch und einem Sofa vollelektrisch in dem Super Leder Long Life Rustica Kaffeefarben fast schwarz, aber es ist dunkelbraun Nun, was kann die Garnitur? Die kann so viel, ich sage Ihnen die kann fast zu viel Sie haben hier einen Zwischentisch hier ist noch die Betriebsanleitung mit zwei Gläser oder Becherhalter und einer Ablage Sie haben aber auch die Möglichkeit natürlich durch diesen Zwischentisch auch mal hier so lang zu liegen und Sie haben bei dem Trapezsofa die Teilelektrik das heißt, na wo bist du? Hier eine Fernbedienung die ist noch nicht mehr ausgepackt Übrigens, die Gruppe ist aus Kundenstornung das heißt unbenutzt jemand hat sie bestellt sie wurde produziert und vor Auslieferung wurde sie storniert das Schlimmste, was für den Hersteller passieren kann also Teilelektrik heißt Fußstütze sehen Sie hier geht elektrisch und hier ist ein kleiner Hebel der Rücken geht per Gasdruck Sie sitzen hier trotzdem hervorragend Sie haben alle Positionen absoluter Komfort zwei Komfortsitze mit Winkeltisch und damit haben Sie ich mach's gerade mal wieder rein auf wenig Platz relativ viel Platz wenn ich das so sagen darf die Winkelformation braucht 2,25 m in der Länge maximale Länge und der Zweisitzer braucht bloß 1,88 m hier haben Sie die Funktion und ich zeige sie Ihnen mal hier hier haben Sie die Funktion vollelektrisch das heißt mit einem Knopfdruck fährt die Zunge raus danach geht der Rücken nach unten und auch das obere Drittel ist dann auch noch manuell verstellbar nein, auch elektrisch ist ja vollelektrisch ja, hier ich weiß nicht ob Sie das sehen hier hole ich mir das Kopfteil vor vier Luxusplätze hier können Sie natürlich auch alles einzeln bedienen da ist also Himola super mit dem Magnet ist die Fernbedienung aufgeräumt alles dran, alles drin, was Sie wollen was soll ich noch sagen sie kostet natürlich ein Stück ungefähr die Hälfte dessen was Sie im Fachhandel bezahlen Easy Comfort von Himola Kombination Trapezsofa und Zweisitzer wenn Sie nur ein Teil wollen sprechen Sie mit uns wir sind auch bereit die Gruppe zu trennen mit einem Trennungszuschlag aber wenn Sie was wirklich Komfortables wollen dann kommt für Sie eigentlich nur Easy Comfort in Betracht Easy Comfort für Leute mit hohem Anspruch sind Sie das? dann schnappen Sie zu Ihr Luz Reinhardt oder kommen Sie vorbei in Empfingen und schauen Sie sich die Gruppe live an und tschüss